Nach einer positiven Performance im Januar und Februar verzeichneten die globalen Aktienmärkte im März weitere Zugewinne, wobei die Entwicklung jedoch zunehmend holpriger verlief. Gleichzeitig sorgten Zweifel am künftigen Wachstum für einen deutlichen Rückgang der Anleiherrenditen. Wenn gleich das Ausmaß des Aktienabverkaufs im vierten Quartal 2018 sicherlich ungerechtfertigt war, muss man sich doch fragen, ob die daraus folgende Rallye nicht genauso überzogen war. Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Einerseits ist ein Umfeld mit einer neutralen oder konjunkturstützenden Geldpolitik für Risikoassets normalerweise günstig, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Wirtschaft weiter wächst. Wenn das vorsichtige Agieren der Zentralbanken jedoch mit starken Konjunktursorgen einherginge, würden risikoreiche Vermögenswerte abverkauft werden. Letztlich gilt zu bedenken, dass die globalen protektionistischen Bestrebungen auch im Falle einer Einigung im sino-amerikanischen Handelsstreit längst nicht vom Tisch sind. Wir glauben, dass die Wirtschaftsindikatoren nach Wachstumsabschwächung gegen Jahresende 2018 zunächst noch ein paar Enttäuschungen bereithalten werden, bevor sie sich letztlich wieder verbessern. Um den Turbulenzen entgegenzuwerken, müssen die Zentralbanken ihren neuen geldpolitischen Kurs konsequent weiter verfolgen, um zu verhindern, dass aus guten Nachrichten in puncto Wirtschaft schlechte Nachrichten für die Finanzmärkte werden. Die außergewöhnlich lange Schönwetterphase an den Börsen scheint jedenfalls erst einmal vorbei zu sein. Besuchen Sie unseren Blog Investors Corner, um sich auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald!